Herzlich Willkommen bei den Brüder Games, schön, dass ihr da seid und wir endlich uns in der Auslosungsphase befinden vom 2 vs 2 Turnier. Weiter geht's nach dem Intro. Schön, dass ihr da seid bei den Brüder Games und ihr wolltet ja immer jetzt wissen, die ganze Zeit, wie es mit der Auslosung vom 2 vs 2 Turnier ist. Und zwar haben wir noch 3 Caster, da komme ich aber gleich nochmal zu, und zwar meine Mods, wie beim 1 vs 1 Turnier. Und zwar wird am 31.07.2020, werden 16 Matches stattfinden, ab 16 Uhr geht's los. Die ersten 6 Matches werde ich im Livestream casten und die anderen Matches werden sozusagen von meinen Castern übernommen. Wir haben 2 Caster, die unten nochmal drinstehen, die am 31.08. euch auch einladen und die anderen Matches sozusagen bis zum 16. Match sozusagen casten werden. Das heißt, ich werde 6 Matches casten und meine 2 Mods sozusagen nochmal jeweils 5 Matches. Damit sind wir auf 16 Matches, die wir dann insgesamt am 31.07.2020 casten werden. Am 1.08.2020 werden die letzten oder die anderen 16 Matches sozusagen von den 32 insgesamten Matches für die ersten Vorrunde sozusagen gecastet. Da werde ich wieder die 6 ersten Matches übernehmen und die letzten 10 Matches sozusagen werden nochmal aufgeteilt zwischen 2 Mods, die dann auch nochmal 10 Matches insgesamt casten werden. Damit ihr Bescheid wisst, es wird immer um 16 Uhr losgehen. Das heißt, ab 16 Uhr werdet ihr von mir eingeladen, beziehungsweise von den Kollegen und Mods, die unten drinstehen. Und zwar nochmal für euch, es ist einmal OOS, die Princes, der mit casten wird, einmal LX, Dubai, einmal Skrulux. Die 3 Leute werden euch sozusagen auch einladen und da wird ihr dann einfach joinen, am Start sein und mitspielen. Die Leute, die in der Warteliste sind, haben auf jeden Fall Chancen mit reinzukommen. Sobald einer in der Warteliste sozusagen dran ist und eingeladen wird, sozusagen bitte gleich erscheinen. Ihr habt 5 Minuten Zeit sozusagen, wenn ihr innerhalb von den 5 Minuten nicht da seid, wird es relativ schwierig und dann wird der nächste der Warteliste genommen. Jeder sozusagen, jeder Caster, beziehungsweise jeder, der sozusagen mit dieses Turnier castet, hat eine eigene Warteliste. Die Warteliste findet ihr nochmal unten, entweder Anil, Tobi oder Fabi. Die IDs stehen aber drüber, ihr müsst euch also Tobi, Anil, Fabi auch nicht merken, sondern nur die IDs, die drüber stehen. Und natürlich ist auch nochmal meine Warteliste drin, wo ihr dann definitiv wisst, wen ich denn einlade. Seid am besten immer im Stream, ihr könnt im Stream immer fragen, egal ob ihr von mir oder von den anderen Leuten in den Castet wird. Die anderen Leute werden nicht streamen, damit euch das auf jeden Fall schon mal bewusst ist, sondern nur ich werde streamen. Ja, also können die Leute generell da nicht streamen schneiden. Ihr kriegt dann sozusagen nur die Ergebnisse und tragt dann sozusagen die Ergebnisse ein. Von der Warteliste ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute auf jeden Fall auch am Start sind, weil ich denke, dass nicht alle Leute, die sich beim 2 vs. 2 Turnier angemeldet haben und unter den ersten 64 Anmeldungen sind, definitiv da sein werden. Wie beim 1 vs. 1 Turnier wird es definitiv ablaufen. Patti, eine liebe Freundin sozusagen, auch in unserem E-Sport-Verein mit am Start und leitet da mit das ein oder andere Team. Wird definitiv auch mitcasten können und wird ein Co-Caster von mir sein. Kann aber auch sein, dass wir Fabi sozusagen als Co-Caster auch am Freitag sehen. Fabi wird dann am Freitag sozusagen OOC Princess nicht selber casten, sondern bei mir wahrscheinlich mitcasten bzw. als Co-Caster tätig sein, genauso wie Patti. Und dann am Freitag sozusagen seine eigenen 5 Matches haben. So, das war es eigentlich. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentaren. Unten in der Beschreibung habt ihr nochmal alles drin. Da habt ihr die Warteliste drin, da habt ihr den Link zu den Spielplanern. Da könnt ihr draufklicken, dann seht ihr, wer gegen wen spielt. Wer spielt die ersten 16 Matches am 31.07.2020 und am 1.08. wer spielt die nächsten 16 Matches sozusagen der ersten Form aus. So wird es auf jeden Fall sein. Dann habt ihr unten nochmal die Warteliste drin und dann natürlich nochmal die PSN-IDs der einzelnen Caster, die euch einladen werden. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, fragt ruhig nach. Um 16.00 Uhr am 31.07. geht es los und um 16.00 Uhr am 1.08. geht es auf jeden Fall los mit dem Turnier. Am Sonntag wird nicht gecastet. Am Sonntag mache ich dann die nächste Auslosung bzw. das nächste Video, damit ihr wisst, wann es dann weitergeht. Wahrscheinlich nächstes Wochenende. Wir werden versuchen wirklich jedes Wochenende sozusagen versuchen, die Matches zu casten. Ich denke, das wird drei Wochenende dauern, bis wir das Turnier durch haben. Preispool steht auf jeden Fall schon fest. Wisst ihr ja, 150 Euro werden wir als Preispool raushauen für die ersten beiden Plätze. Und es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Ding. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich. Das war's von den Bruder Games. Peace out und reingehauen. Und macht euch auf jeden Fall noch einen schönen Montagmittagabend. Lasst auf jeden Fall gerne einen Follower und einen Like da bei YouTube oder einen Follower bei Twitch. Da würde mich sehr, sehr freuen. Das war's. Peace out und reingehauen. Peace out und reingehauen.